So, noch ein Marino. Ein Marino. Gut. Was? Okay, nicht in... Wieso sind die Geräusche überall? Gut. Nein! Die sind ja immer noch da. So eine Scheiße. Aber da ist eine Wand. Da kann ich vielleicht reingehen? Nein, kann ich nicht. Hochgehen kann ich auch nicht mehr. Also zurückgehen, um nach Geheimnissen zu gucken, ist nicht. Hallo? Ja, was wird das denn jetzt? Ich gehe erstmal hier dann. Keine klare Sache. Mein Gott! Und wieder weibliche Brüste. Äh, Bomben, meine ich. Ich kann hier nicht durch. Ich kann hier nicht durch. Ich habe es umsonst gemacht. Ich würde gerne speichern. Danke, danke, danke. weiter. Immer... Boah, der teiert seine Lasers. Nein! Ach, Megaherz. Gut. Doppelherz. Ganz gut. Mein Gott. Ich kann auch nicht auf die Raus steigen. Aber ich schieße nach oben. Ich will dich haben. Jump Pad. White Man Can't Run. Kann ich jetzt... Ich weiß nicht, äh... Erfolgreich. Kann ich jetzt höher springen? Kann ich jetzt höher springen? Höher springen? Ich dachte, hier kann ein Doppelsprung. Na, wo die Fuhl. Okay. Ich habe anscheinend was falsch gemacht. Okay. Aber wenig Leben kann das sein. Das ist ein Schießspiel. Ja, ein Schießspiel ist das. Vielleicht... Jump Pad. Ich weiß immer noch nicht, ob das was bringt. Würdest du mir vielleicht nochmal erklären? Rechte Monster Storm. Was lieb. Ah. Aha. Ah. Haha. Geht doch. Ist ja cool. Dann gehe ich mal hier rauf. Was ist denn hier? Aha. Und rauf da. Danke. Treasure Seeker. Time to eat. Nuts. Was? Was habe ich da bitte freigeschaltet? Hier brauche ich Milizionen. Das ist halt sowas leckeres. Ich würde hier gerne rauf. Kann ich... Auch damit kann ich höher springen, oder was? Davon habe ich noch unendlich. Nice. Nicht! Ich wollte noch was kaufen. Meanwhile in... Größte... Bomben. Du bist also eine Femi-Karze. Haha. Dieser Name. Hahaha. Ich kann mich nicht entscheiden, nicht je im Lager gesehen zu haben. Okay. Ähm. Hübsche Bomben. Oh nein. Oh. Ja. Ja. In Ordnung. Es wird grün. Es wird grün. Damit kann ich springen. Ach. Das ist ja nett. Gute Sache. An die muss ich mich noch gewöhnen. Äh. Zack. Und... Nein. Gut. Äh. Daran muss ich mich noch echt noch gewöhnen. Nein. Nein. Da gibt's nix. Nix. Nein. Da kann ich auch nicht hin. Kann ich ja wieder zurück. Nein. Das kann ich wiederum nicht mehr. Ah, warte. Warte, warte, warte. Ich will gerne was ausprobieren. Kann ich hier... Ich kann Walljumps. Yay. Gut zu wissen, dass es möglich ist. Ja. Ja. Das ist tatsächlich möglich. Coole Sache. Walljumps. Jetzt noch für ihren Garten. Was? Nein. Ich habe meinen Stapel wieder. Was ist hier eigentlich los? Muss ich da oben irgendwas drücken? Oder... Das sieht zu komisch aus. Bestimmt. Ja, das bestimmt. Wow. Megaweste. Gut. Kann ich hier auch wieder weg? Anscheinend nicht. Und... Und hier... Was mache ich? Ach, ach, gut. Ja, natürlich. Die sehen jetzt anders aus. Das ist jetzt voll scheiße. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Gut. Eine Herausforderung. Kann ich auch mal irgendwann anzocken. Aber nur für mich. Ähm... Ich habe Angst, da runter zu sprengen. Nein, habe ich nicht. Nein. Nein. Nein, da kann ich nicht hoch. Sollte... Ja. Gut. Ja. Gut, dass die Trampoline auch gut gesetzt werden. Von mir. Stirb. So viel schießt gar nicht mehr, kann das sein? Ne. Da scheint etwas an Munition zu fehlen. Äh... Kann ich... Ja, was... Was fehlt denn? Hier. Das Ding hier. Davon habe ich zwei. Also zwei, die diese Munition benutzen. Dann kann ich mal... Eine Tommigan entfernen. Hier. Nein. Ich bin nicht zu verraten. Und dafür die Kettensegel einziehen. Aber nach ganz oben. Da komme ich... Ah, gut. Munition. Tommigan Munition. Gut. Dann kommt die Kettensegel wieder raus. Die Tommigan kommt rein. Obwohl. Nein, so viel Munition soll ich gar nicht haben. Jetzt habe ich mich entschieden. Jetzt habe ich mich entschieden. Äh... Ärgerlich. Schrot für die Munition. Sehr schön. Stacheln. Stacheln. Ich hätte vielleicht oben lang gehen sollen. Okay. Nach einer Stunde... Kann ich ein bisschen das Spiel aufnehmen. Wo bin ich gewesen? Na hier. Okay. Okay. Ja, dann bin ich hoch. Ja, dann... Ah! Ja, Feuer mit Trampolin. Feuer mit Trampolin. Gib mir die... Munition. I love Munition. So, Gott. Gut, dass ich meine Kettensäge an der Spitze habe. Kann ich rutschen? Nein. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Hier schon wieder, ihr... Fandkuchen. Fandkuchen. Mann. Dass ich hier rumlaufen kann, ist viel nützlich. Not really. Wird. Speichern. Ah, bitte nicht noch mal. Ja. Okay. Hier darf ich nicht springen. Okay. Ähm. Ähm. Spurms. Lauf ich die Nutzheit von der Kettensäge. Langweilig? War ich... Ah, es sind beide... Ja. Ja. Nein. What the fuck? Okay. Nein. Ich will dich... Ich darf dich nicht behalten. Was für eine Scheiße. Doch, darf ich. Nein. Hä? Ging das nicht vorher? Und ich habe zwei Schrotflinten? Das ging doch. Was soll denn? Ach so. Nee, dann... Nee, dann behalten wir eine Tommy Gun. Nein, behalten wir einfach die Tommy Gun. Und... Ach, natürlich. Natürlich, ich habe ja nur vier Kupplungen. Ja, dann ist ja alles klar. Machen wir doch aus meiner Vierer. Ähm. Komm, die... Nee, wir haben ja keine Kupplung mehr. Äh. Augenblick. Ja. Äh. Äh. Dann lass das mal so. Die Tommy dann kann ruhig mal hier lang. Kettensägen. Kettensäge. Jetzt gehört es Kettensägen Massaker. Das... Yeah. Ha. Ha, ha, ha. Warum ran? Wah. Ich kann tote Kreaturen zu benutzen mit Trampolin zu benutzen? Oder es haftet an toten Kreaturen? Okay. 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 Kühle Sache. Ich glaube, ich will die Kettensäge nicht mehr. Bitte. Ich bin nicht nur gestört. Egal, egal. Ich starte mir den Timer wieder. Wenig Leben. Kann ich hier durch? Nein. Natürlich. Aber hier. Hier, tote Kreaturen. Das wurde gemeint. Nein. Hallo. Kein Unfall. Um. Hier fällt bitte auch um. Die Kettensäge ist useless, denke ich mal. Äh. Gut. Ah. Ja. Nein, das ordne ich nochmal an. Die Kettensäge kann weg. Ich sagte weg. Die Schrotflinte. Ich kann hier rein. Die Tormigan. Behalte ich mal. Die Granatwerfer nehme ich auch mal an. Beziehungsweise. Nein. Ich kann hier ja wieder rein. Da habe ich nicht Bock dazu. Aber. Ich bin gestört. Äh. Das wollte ich mir wieder holen. Aber jetzt habe ich wieder Schusskraft. 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 Das hätte ich mir denken können. Das hätte ich mir denken können. Natürlich. Und wenn ich mir das hole. Kommt nix. Ist auch schlimm. Für den Bosskampf. Gib her. Warum nicht gleich so? Ja. Da sind Schalter. Rechts und links. Ja. Rechts und links sind ganz schön viele Schalter. Ja. So. Einer pro Seite. Ah. Nein. Wieso will ich das? Ach Gott. Nicht den gleichen Fehler machen. Einfach. Ja. Warum? Und jetzt ist es einfach easy. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich ja eigentlich töten. Ah Gott. Nein. Den Timer lasse ich jetzt an. Das ist sowieso nicht beendet. Dann kann ich auch sagen. Komm. Lass mich. Autsch. Danke. Nein. Ich töte dich doch nicht. Hä? Ach. Komm. Nein. Ich will da nicht. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Ich. Ich will hier hoch. Danke. Es lohnt sich. Und runter. Runter. Stirb. Dumm. Ja. Gut. Zeig's mir nochmal. Ist okay. Ich darf mich also gar nicht treffen. Oh Gott. Der haut bestimmt scheiße Schaden rein. Oder wer haut hier Schaden rein? Ich wollte nicht. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Oh Gott. Er hat sich schon mal hier hoch. Ich will hier hoch. Bitte nicht. ich gucke noch mal hier oben bevor ich ausmache hier scheint ja irgendwie ein geheimnis zu sein oder ja gut was ist hier los nein ich gucke jetzt nicht ich werde jetzt beenden das war's für heute diese aufnahme session und ich gehe ins bett gute nacht euer hellrider